Servus und hallo! Willkommen zu Dark Souls! Boah! So! Was geht jetzt ab hier? Sollen wir hier runter gehen? Ach ja, nur wissen ja Fun. Ich könnte zwar noch mal zum Leuchtfeier gehen. Aber ich guck mal hier, was sonst hier wieder auf uns lauert. Sind da irgendwelche Graschen? Hä? Nö, hier ist rein gar nichts. Warum ist hier nichts? Oh, da drüben. Hä? Da ist ja schon wieder so ein Baum. Kann ich den auch wieder kaputt schlagen? Alter, das ist wohl... ...beänstigend, wie der sich bewegt, ey. Zack. Und auch einmal. Oh. Guck ich da mal auf den eigentlich für. Ja, 180 tatsächlich. Wo komme ich jetzt aus? Komme ich irgendwo ein bekanntes Haus? Nee, oder? Das kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe keine Ahnung, wo ich rumlaufe gerade. Hä? Hä? Wo geht's denn da noch hoch? Hab ich da grad was gehört? Mir ist das eindeutig hier zur Stelle. Ach, da hinten ist noch so ein Krieg, oder? Wo ist denn da raus? Oh, was ist das denn? Ach, die komischen Fröchte da wieder. Aber ganz viele davon. Ich weiß nicht, in der Gruppe könnten die gefährlich werden. Und wer weiß, ob die nicht irgendwas... ...einen Haken haben. Okay, der ist schon mal weg. Oh, die waren nicht gut schaden. Sie halten aber auch nicht viel aus. Alter, scheiß Bäume. Man sieht kaum was. What? Ich hab's ja gesagt. Niemals deinen Gegner unterschätzen. Jetzt stirb endlich. Ah. So. Der hatte irgendwas? Ja, der hatte was. Blündern, grüne Blüte. Was ist das denn? Kann ich das mir angucken? Grüne Blüte beschleunigt vorübergehend Ausdauerregeneration. Pssst. Ah. Mein Bruder hält mal wieder nicht die Klappe. Dein Penner. Ah, der Krieger. Den muss ich. Ja. Oh nö, jetzt macht er das. Hör auf damit. Hör auf damit. Nicht schnell genug. So war ich schneller. Okay, auch weg. So. Ah, wo bin ich denn jetzt hier? Der ist Wasser. Ah, ist wieder woanders als da bei der Hydra, oder? Hier ist nichts. Absolut fein, gar nichts. Jetzt. Na gut. Guck ich da hinten noch. Um die Ecke. Ah. Ja. Das hat der schönes. Ah, seht der Krieger. Sollte ich vielleicht auch nochmal mehr angucken. Ich meine, die ganzen Seelen müsste ich auch mal wieder spenden. Könnte ich. wenn ich wollte. So. Ja, das ist der einzige Weg wohl. Wo es weiter geht. Können wir mal hier auch. Bin mal gespannt, wo wir auskommen. Ob wir es kennen. Oder wie da was ganz Neues ist. Was? Ich hoffe, es lauert ja nichts Schlimmes auf uns. Ah, das brauche ich nicht. Ach, wieder so einer. Ach, der macht gleich. Du Penner. Hör auf damit. Haha. Zu langsam. Hä, was ist das denn? Steinschild? Mal sehen. Was bringt das? Ich denke da mal besser. Kann das sein. Wo es bedeckt runter. Rohschild des Steinritters. Verteidigung der Wurzgartens. Der Steinritter ist ein Geschöpf uralter Magie. Und sein Schild ist von eben diese Zeit Magie durchdrängt. Er ist aber auch extrem schwer. Oh. Da gucke ich mal hier. Ob der nicht echt so schwer ist. Äh. Robustheit. Boah. Was? 20. Ach du Scheiße. Wie viel habe ich denn? Warte. Wo konnte ich das gucken? Belastung oder so. Ah, da. 25. Ja. Ungefähr die Hälfte. Wenn ich. Dann habe ich da. Boah. Da bin ich ja extrem langsam. Das ist blöd. Das Ding ist vielleicht gut. Aber es ist zu schwer wirklich. Ah. Hier kommt mal hin. So kommt man hier hin. Aha. Ich habe es gefunden wo ich hin wollte. Wolfsring. Interessant. Ah. So. Gut. Äh. Ne. Ich wollte hier erstmal gucken. Bevor ich entscheide. Verdammt. Jetzt habe ich ein Ring zu viel. Versteckt Balance. Das ist eines dieser Spezialringe, die den vier Rittern Quasquins geschenkt wurden. Der Wolfsring gehört auch Torias, dem Abgrundschreiter. Torias, der einen stellernen Willen hatte. War ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Was heißt denn Balance? Ich habe wieder vergessen was Balance bringt. Äh. Anzeige? Ach, es gibt nur die zwei Anzeigen. Äh. 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 Bringt das was Balance? Ja, das bringt... Hat das irgendwas? Äh. Balance. Wo steht denn das überhaupt? Ach, da oben. Fünf Balance habe ich im Moment. Erläuterung. Mal sehen, was steht denn dazu. Fähigkeiten angreifern zu werden ohne Haltung zu verlieren. Was? Fähigkeit angegriffen zu werden ohne Haltung zu verlieren. Also, dass wenn ich da rückschreite oder so. Dass die Rüstung durchschritten wird. Hm. Ah, da könnte ich ja mal grad gucken. Ah. Uplala. Nee, das wollte ich nicht. Äh. Mann, ich bin halt echt verpeilt. Ich wollte mal... Hä? Hör ich da was? Was ist denn das? Ah, da drüben. Hm. Das viel läuft da die ganze Zeit rum. Das will mich wohl irgendwie erreichen. Kann's aber nicht. Aber heißt das, dass ich hier wieder ganz außen rum muss oder kann ich... Hm. Dann versuchen wir das wert. Mal sehen, ob man so weit springen kann. Hä? Okay, was war das denn? Oh, ich trau mich nicht. So weit ist es aber auch nicht. Könnte klappen. Ich hoffe, der kann so weit springen. Nein, nein. Ich wollte ja eigentlich gucken, was... Wie viel Ballons es gibt. Weil es verstärkt... Was das heißt. 45? What? Und ohne das habe ich nur 5. Alter, wie viel bringt denn das Ballons? Tatsächlich. Natürlich. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich so viel besser ist dann. Scheiß drauf! Oh. Reicht locker. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg nochmal laufen. So habe ich mir ein bisschen den Weg gespart. Aha. Sehr schön. Jetzt war ich überall eigentlich mal gewesen. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal trainieren, oder? Hä? Was steht denn da noch? Hier? Hä? Achso. Der hat... Wenn man das vergisst, oder was? Äh... So. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal sälen. Und ver... Ähm... Ja. Halt hier. Verschwenden. Zack. Müsste ich eigentlich nochmal gucken. Beweglichkeit. Konditionen. Vitalität. Wie viel... Leben haben wir denn? Dann haben wir 702. Ausdauer haben wir 110. Dann haben wir 112. Blutresistenz hat man dadurch auch mehr. Und Gott, jetzt... Da hat man ja gegen alle möglichen... Ah. Shit. Erhüllt sich ja fast alles. Magieabwehr. Tuh. Okay. Das ist jetzt die Frage. Wo mach ich drauf? Brauch ich noch Konditionen? Bis Level 40 habe ich immer gehört, dass man Konditionen da ruhig steigern kann. Hm. Hm. Warte mal. Gerade. Was habe ich denn noch so? Ne. Ich bin mal Konditionen. Mal grad gucken. Wie viele Seelen habe ich da? Namenloser Soldat. Krieger. Seelen. Hält viele Seelen und fertig. Einzigartige Waffe. Oder fertig. Eine einzige Waffe. Das sollte man besser aufbewahren, würde ich mal behaupten. Ach. Falsch mal. Alles holen? Ja. Irgendwann muss ich hier mal einsetzen. Ach, warte. Es geht doch viel schneller, wenn ich... Äh... Prismaschnein. Was war das nochmal? Geht auch zur Höhenmessung. Äh... Wofür habe ich das jetzt nochmal? Egal. 800. Zack. Und nochmal. Zack. Und zack. Wunderbar. Ähm. Ne, warte. Wunderbar. Ach so. Ja, genau. Ich wollte hier noch nichts sehen. Ja, zack. Geht glaube ich... Ich weiß nicht, ob das schnell noch geht. Also das Inventar. Aber egal. Oh, nochmal 1000. Oh ja, da kann ich nochmal trainieren. Zumindest ein Level. Zack. Und dann noch Krieger. Ah, nein! Ach. Das war genial. Naja. Ich glaube 2000. Ah, ja. Okay. Gut. Soll ich mich eigentlich nochmal menschlich machen? Wofür habe ich denn die aus... Joa. Könnte ich eigentlich nochmal machen. Habe ich die ausgewählt? Ne, habe ich nicht. Bisschen Menschlichkeit. Zweimenschlichkeit. Ach, mach mal so. Ähm. Ja. Ja. Sag mal. Bin ich nur verpeilt heute. So. Ich kann schon nochmal auswählen. Und umkehlen. Zack. Aufstieg. Ist doch schon nett. Oh, der Beweglichkeit. Ach, ich mach Kondition noch weiter. Zack. Okay. Seht mal wieder schön aus. So schön. Jetzt müssen wir ja eigentlich wieder in die... Kondition. 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 Da. Da soll es ja weiter gehen. Obwohl. Irgendwoher kriege ich doch da... Wo war das denn nochmal? Wo das... Das Item, das das Tor öffnet. Oder wie auch immer. Ach. Ach. So ein Scheißvieh. Zack. Und Schuss. Na ja. Wieder... Wieder der Moosklumpen. Natürlich. Danke. Und Schuss. Weiter geht's. Wir haben schon genug Zeit verbleiben. Zack. Mann Schuss. Machst du noch was für mich? Ja. Hat er auch. Roter... Blutroter Bloomsklumpen. Ach. Da ist ja noch einer. Zack. Das war noch ein Blutroter. Zu den anderen Moosklumpen. Blutungszunahme. So. Das Giftsansammlung. Haltvergiftung. War hier nicht noch einer? Oder hab ich den schon... Egal. Ah. Ich könnte ja eigentlich auch nochmal beim Schwieg machen. Aber da könnte ich mich jetzt letztendlich entscheiden, was ich noch machen soll. Auf welche... Krüstung ich gehen soll. Ob sich das jetzt schon lohnt. Nein, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Weil ich... Jedes Mal das Gefühl habe, ich mache genau das Falsche. Fällt mir halt schwer sowas. Ich absolut keine Ahnung habe. Und jetzt mal Angst habe, dass ich... Dann was entscheidend Falsches mache. Und dann hängen bleibe im Spiel. Fortschritt. Hier ist doch gar keine Sonne. Zack, 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 zack. So. Schmiedelein. Oh. Da habe ich irgendwas hergedrückt. Oh. Große Glut hergeben? Äh. Ist das zu empfehlen? Scheiße. Ich weiß es nicht. Äh. Kriege ich da was für? Scheiße. Ich weiß es nicht. Oh. Mein Evisin. Du darfst nicht zufrieden sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe, das war... ...kein Fehler. Ausdruck zum Umwandeln? Was soll denn das heißen? Schuss zum verstärken. Ausdruck zum Abkriegen. Wo konnte man nicht... Hier könnte man... ... die Robustheit verlieren... Oh, der hat mittlerweile... ... die Robustheit verloren. Das Drachenschwert. Na ja. Okay, was hat der hier nochmal für Gegenstände? Der hat ja eine kleine Scherbe. Breitschwert. Was ist das? Hä? Kestus. So ein Schlagring. Ach, der hat auch Schilde. Wusste ich gar nicht mehr. Naja. Bastardschwert. 105. So Schwerter haben mir ja mit am besten gefallen. Aber ich wollte ja Kantane auch irgendwann haben. Versteckt vom Feuer im Lach. Leuchtfeuer, ob sich das lohnt. Ob die Kurkiste, das ist ja alles... Nicht gerade billig. Wenn ich das so sagen darf. Ach, sind sie fest. Ja. Ja. Ja, sollte man sich bewahren. Da hat's durecht. Stand da drauf. Warum habe ich zwei Helme... Versteckte Helme? Hä? Warum? Wie kommt das denn? Warum habe ich hier mehrere versteckte Sachen? Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Gewicht. Ich muss mal gerade gucken. Das ist natürlich einiges leichter alles, ja. Dieb ist maske. Ich bin ja nicht wirklich ein Dieb. Zauber bin ich auch nicht. Ich will halt auch nicht so schweres haben. Ach, egal. Egal. Ja, ich versuche auf mich aufzupassen. Zack, zack, zack. Was ist eigentlich damit hier? Wann kommt man da hin? Öffnet sich das irgendwann noch? Wie? Ich werde da schon alles... Scheint immer noch nichts geöffnet zu sein. Irgendwann kommt man doch bestimmt hier. Hier, das müsste ja die Festung sein. der Schmied gesagt hat. Still closed. Still closed. Hm. Pff. Er hat immer noch nichts Neues zu sagen. Ich wette, irgendwann öffnet sich das. Aber anscheinend erst nachher. Das muss man ja in der Klassentation zurück. Ach, verdammt. Die Zeit ist ja rum. Was am Teufel? Mann. So knapp 20 Minuten. Kriegt man nichts geschafft. Ja, besonders, wenn man sich nicht entscheiden kann und da ewig Zeit verbleiben wird. Hi, puh. Hier? Was ist denn hier? Enges Gebiet. Oh mein Gott. Echt. Seriously. Glaube ich ja kaum. Zack, 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 zack. Ach ja, da warten wieder ein paar Sachen. Schöne auf mich. Ja, was willst du denn? Oh. Da hat jemand wieder die Dings geläutet. Ein Spiner. Wieso gleich schon verrecken, ey? So schwach sind sie mittlerweile. Vor TCR fallen. War einmal. Für mich nicht mehr. Da sind noch die anderen. Sachen. Na ja. Wie gesagt. Ich würde ja behaupten, es gehört zurück in die Klinisation. Obwohl, ich habe vergessen. Da muss ich nochmal einen Kommentar lesen. Das hat jemand geschrieben. Wie immer da an das Ding kommt, der da, wo das eine im Finsterwurzgarten das öffnet. Muss ich nochmal lesen. Vor der nächsten Aufnahme werde ich mir das nochmal durchlesen. Bevor ich jetzt in die Klinisation, halt in die Tiefen da. Ich sage immer Klinisation. Einfach von aus. Muss ich mir nochmal durchlesen. Na ja, gut. Komm. Hier ist immer schön am Dings. Am Feuerband schreien. Das ist doch ein schöner Halteplatz. Wir sind ja relativ sicher. Hier verweile ich dann nochmal. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Da werde ich dann mal gucken, wie es weitergeht. Okay. Ja. Tschüss.